Wir sind Brüder und kommen aus Lozone. Wir hatten das große Glück, in einer musikalischen Familie aufzuwachsen. Wie alle Brüder waren wir früher meistens verschiedener Meinung. Doch dann haben wir begriffen, dass wir mit vereinten Kräften mehr erreichen. So ist Sinplas entstanden. Bei Unbreakable handelt es sich um eine Idee, die wir in Musik umsetzten, wie immer bei unseren Songs. Uns schwebte eine starke, direkte und einfache Botschaft vor, die den Leuten zu Herzen geht. Denn wir finden, dass man sich im Leben nicht unterkriegen lassen darf. Als wir den Text für Unbreakable schrieben, haben wir spontan entschlossen, uns zu bewerben. Die Botschaft ist positiv und verständlich. Einfach perfekt für diesen Anlass. Ja, wir sind Brüder, wir sind stark und unzerstörbar. Wir sind Unbreakable. Brüder frei für Sinplas. Ihr Titel heisst Unbreakable. Startnummer 12. Bargost. Bargost. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020